Joooo! Ja, Alter wie siehst du denn aus!? Ey, uaah, what the fuck, what the fuck! Rein, nein, nein, nein und laufe! Braucht ihr ohnehin Hilfe? Meineche sind solche, solche Meisterie! Hier sind solche, so kleine Meisterie. Sind die doch hinterm. Sind die doch mit I oder mit L? Ja natürlich was haben die denn denn in der Range? Oh, Kano! Oh, kano! Nein, neains ist nicht dein ernst. Leute, jetzt nicht schon wieder sterben hier. Hier waren so ne Fliegdinger hier. Ah, die sind hinter mir her. So, gut, ich soll mal ne Begrüßung machen und dann leg mal einfach mal jetzt los, oder? Ja, ich sterb gleich, jeden Moment. Einen wunderschönen guten Tag. Einen Moment, ich komm mal gleich zur Hilfe, ich mach mal Gewicht einfach hoch jetzt hier. Oh, da kommen die schon wieder. Na, ich bin lieber nur langsam. So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen. Zu unserem Let's Play Ark. Ark, 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 Ark. Ark, Ark. Mit dem Lutz. Oh, mein Herz. So Lutz, du musst nochmal Hallo sagen jetzt hier. Hallo. Hallo. Und dem Särkson mit einer lieblichen Stimme. Das ist ein Raptor, what the fuck? Äh, hallo. A.k.a. Kalypso. Ja, der Raptor gehört mir. Ach so, oh Gott, sag das doch. Darf ich vorstellen? Kalypso, das ist Bla. Hallo Bla. Bla bla. Freut mich. Bla bla. Bla bla. Bla bla. So, nee, also es ist heute eine neue Session und so. Es ist jetzt auch nicht so viel passiert am Ende der letzten Session, außer dass Lutz noch gestorben ist irgendwie dummerweise auch an einem Raptor. Und der Särkson ist heute leider nicht da. Dafür haben wir aber die Kali am Start, was ich auch gut finde. Mal ein bisschen weibliche Unterstützung. Ach, wenn Särkson wieder kann, bin ich weg, oder wie? Unseren flotten Dreier. Ja, wir sind ja flotte Dreier, wir können uns zu dritt machen. Geht ja nicht anders. Ja. So, und ja, also unser Plan ist in dieser Session auf jeden Fall dann jetzt gleich mal loszuziehen und einen coolen Spot rauszusuchen, wo wir dann was schönes aufbauen. Und wir haben noch ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt. Das Tamen sollte jetzt noch mal deutlich schneller gehen als davor. Und das dürfte jetzt alles noch ein bisschen reibungslos ablaufen, hoffe ich zumindest. So. Ich bin ja gerade dabei, ich will nur ganz schnell hier solche Narkotikpfeile mal machen. Weil wir haben nämlich ganz viel verordertes Fleisch mittlerweile. Also macht euch ja alle mal ready, dass wir sie gleich losziehen können. Ich bin ja komplett in Action. Ich hab nix. Wir haben echt super viel Spoiled Meat, ey. Das ist der Wahnsinn. Du müsstest mal ein bisschen Rüstung für uns craften. Jo, kann ich gleich machen. So. Was wir denn jetzt narko-berry? Ich hab wieder gerade reingehauen, meine ich wieder. So. Na крou-berries, na krou-berries, na das ist voll. Oh, ein Stebo. Oh, das ist voll, deswegen geht das nicht. Und das mal weg. Komm mal das mal weg. Ja, fleisch, fleisch, fleisch. Oh, ich bin auf fungereiht. So, 18 Stück kann man machen. Es schm court, da sind jetzt nichts. Habt ihr halt halt? So,你們 Rüstung soll ich euch machen. Ich schaue mal eben. Nem em pruei. Was the way in Dary? Amor, Chitin. So. Oh, ich kann 44 Chitin-Handschuhe herstellen, also es dürfte passen. Ja, dann mach ich gleich für mich mit hier nochmal. Ja, mach direkt ein paar mehr, dass wir welche noch hier in der Kiste liegen haben, falls wir dann wieder hier irgendwie zu Zufall vorbeikommen. So, und ich kann übrigens mal weiter leveln. Ja, ich mach mal noch ein bisschen hell. Gammelfleisch. Alter, lutz dein Charakter noch. Ja, dann mach ich's aber hier dann auch nochmal. Du brauchst den Unterbiss, ne? Den Überbiss. Jetzt muss ich mir den Lutz aber auch nochmal anschauen hier. Hallo ihr Hüppchen. Hallo. Wir haben irgendwie alle so ein bisschen... Hallo. Na, Kali sieht verhältnismäßig normal aus. Und Lutz? So ein bisschen Überbiss oder... Verhältnismäßig ziemlich großer Kopf auf jeden Fall. Ich bin schon wieder super dünn bei mir irgendwie hier. Ich bin nicht wirklich so dünn. Das ist so ein komischer Bug oder so, ich weiß es nicht. So, ich bin schon level 61. Kannst du ja Rüstung aus der Kiste nehmen? Dann mach ich weiter oder helf. Wär ich? Weiter. Da kann ich doch jetzt. Kann ich jetzt hier nicht Schluss machen und so. Oh krass. Moment, das machen wir mal eben ganz schnell. Du kannst mal wegschlingern hier. Akkedenwerfer, brauch ich Kanaden dafür. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo man hier Kanaden hat. Du hast keine Helme gebaut. Klar hab ich Helme gebaut. Nee, hast du nicht. Klar, ich hab bestimmt Helme gebaut. Sind die Spawns oder was? Ich guck gleich nochmal. Und Waffen müsstest du dann mal noch machen. Jo, schau mal gleich mal. So, das machen wir auf jeden Fall. Das hier machen wir auch. Das hier machen wir auch. Ich hab grad 645 N-Kran-Punkte zu verteilt. Ja, 73. Megalodon-Sattel. Cool, cool, cool. Metall, ne, ne, ne. Wohin ich es nicht. Ich bin auch ein Raptor. Oder, oder... Ja, wir können doch gleich einen Tame. Das ist doch kein Problem. Das muss ja relativ schnell dann gehen eigentlich. So, ich muss Waffe nehmen. Komm, nehmen wir auch mit was. What? Also, ich brauch eine Simple-Pistole dafür erst noch. Ja gut, das mach ich dann gleich immer noch hier in Ruhe. Ich mach erstmal jetzt noch den Helm. Und dann zieh ich erstmal los. Hab ich den Helm überhaupt als Rezept? Das kann sein, dass ich ihn gar nicht habe. Hm, Tietin. Ich kann keinen Helm machen. Ich hab das noch nicht gelernt. Sekunde. Na, Waffen bräuchten wir dann auch noch. Jo, ich schau gleich mal. Na, kann man aus Tietin Waffen machen? Ne, aber aus Metall. Ja, haben wir denn Metall? Ja, ein bisschen. Äh, ein Barren. Ich hab noch 7 Uhr. Na, da geht ja einiges, ne. Das läuft. Du bist jetzt dieser Scheiß-Helm, Alter. Das kann man rausschmeißen. Wir wollen uns irgendwie so... Hier mal ein bisschen Stein hacken. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Metall. Ja, und hier Nacko-Berries brauchen wir auch gerade noch. Wieso geht das Holz nicht rein? So, es dauert halt selbst, wenn man so alles... Eigentlich dauert halt trotzdem alles ein bisschen. Meistens, die sich ein paar schon wieder beschwert haben, dass wir nicht aus dem Arsch kommen und so ein Zeug. Was? Ja. Also, sehr viel schneller, als wir jetzt hier schon machen. Mit den Einstellern geht ja eigentlich nicht. Also, das kann ich nicht ändern. So gut, das können wir jetzt schneller machen. Den Helm schneller finden. Das wäre wahrscheinlich möglich. Wo ist denn dieser Scheiß-Helm? Hier ist er. Armeisen attackieren mich hier. Die Möwes dürfen aber relativ schnell. Warte, ich kann dir helfen. So, jetzt kann ich noch Helme machen. So Zahnstocher. Jo. Ich stehe bei einem Zahnstocher. Eins, zwei, drei. Zahnstocher. So, dann kann ich das hier auch mal alles weggeben. Kann ich jetzt gerade nicht. Moment. Zack, zack. Scheiß drauf, hau ich das einfach hier alles rein. Was sollst du weißt? Die Dept. Bewegt sich noch. Boah, ja natürlich. Hätte ich wahrscheinlich auch einfach reparieren können, aber egal. Alter, wie viel kriegt man denn da raus? Ich fahr mir mal ein paar Hundert-Betine. Wollt's sagen? Jo, mach mal. Handschuhe, Paumbo noch. Handschuhe. Ich platziere mir jetzt erstmal ein Bett. Bett brauchst du nicht machen. Achso stimmt, das ist ja hart. Nee, das macht schon Sinn, weil dann sieht man aber wenigstens, wo das Lager ist. Das finde ich gar nicht so schlecht vielleicht. Achso, du kannst ja auch einfach einen Punkt setzen eigentlich, oder? Achso, ja, das ist noch einfacher. Hast recht. Mit was macht man das nochmal? Welche Kontinent sind das denn? M. M. Ja, wo ist denn das hier? 82... 15 würde ich mal sagen. Ja, nimm Zipfel, Mensch. Ach, ich guck gar nicht selbst. Machen wir mal Stadt. P. Stadtlaune. Stattlaune ist gut. 80. Ja, haut nicht ganz hin, aber ist okay. Ist okay. 80 und... Ich hab zwei Ameisen gehäutet und meine Axt ist kaputt. Aber mit mir hast du jetzt ganz viel Chitin. Äh, 10, 15, 16, ja, so Stip 10. Wir hatten jetzt hier die Narkotik-Dinge, hat die schon jemand rausgenommen, oder was? Nee. Nee. Äh, okay, ja, ich war am Falschen, ich war am Falschen, ich war am Falschen drin, deswegen. Äh, Xet. So. Formidabel. Aber wir brauchen unbedingt noch viel mehr Narkotik-Berries, ey, dann könnten wir ganz viele Narkotik-Pfeile herstellen. Noch elf Stück. Ich, ich, äh. So, halt, konzentrieren, mhm, jetzt Pfeile. Craftables, machen, mhm. Ah. So. Ah, nee, ich kann erst... Oh, der wird 15. Ich bin da nochmal irgendwas abbauen. Nö, 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 nö. So. Ja, ich würde sagen, wir ziehen das trotzdem einfach mal los, okay? Nee. Ähm, ich muss halt, brauche halt immer noch hier, äh, Werkzeug und Waffen. Ja, ich auch. Ja, das kannst du dir doch selber machen, oder? Ich hab ja kein Material. Ähm. Ja, farm dir halt was, Alter. Bei Eisen haben wir sowieso nichts da. Was brauchst du dafür? Ja, genau. Wir haben doch kein Eisen. Na gut, dann muss ich mir einfach noch ein paar Sperre bauen und dann ziehen wir so los und dann müssen wir gucken, am besten, dass wir irgendwo eine Stelle finden, wo wir halt, äh, Felsen haben. Und Steine. Ich würde zum Beispiel sagen, ähm, bei 35, 35. Da ist der Fluss und daneben so rechts und links so zwei kleine Berge auf der Karte. Ich fände diese Pflanzenfresserbucht auch voll geil. Das ist die aus dem Trailer. Milchstab. Aber ich bin immer so schwer. Wo ist denn die? Auf der anderen Seite von der Map. Ach, super. Ja. Boah, 35, 35. Ähm, da ist halt ein Fluss und Berge und also da kriegen wir halt schön Eisen und alles. Ich finde, das wäre ein gutes Ziel. Ich brauche jetzt erstmal einen Bogen. Achtung. Zack. Hä? Wo haben wir jetzt eine Fiebre? Eine Fiebre? Da. Ähm, Bogen. Oh, Level 20 erst. Hä? Schon wieder? Ich glaube immer, das ganze Fiebre. Fiebre. Wanns noch mal hier? Hm, 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 hm. So. Ach komm, was soll's. Die Rest auch noch. Der Rest kriegt er wieder. Ich brauche Fiebre. Fiebre ist noch in der Truhe hier. Naja, ich hab doch gerade keins gesehen. Doch, hier. Ist wo? Ja, ja, hier ist, äh, 152. Äh, ich habe um die 1000. Ja, dann pack mal die Kiste. In der Kiste, alles klar. Also hier, wo ich draufstehe jetzt. Ich hoffe, hier auf den Boden. Hier, ich hab dir 200 hingehauen. Oh, danke. Dann kann ich mir eben schnell mal, äh, zwei Bögen machen. Da ist ein Dodo. Da ist ein Dodo. Fiebre. Da ist ein Dodo. Na, komm her. Nicht wegrennen. Komm her. Nein. Komm her. Nein. Dodo-Amee. Alles für die Dodo-Amee. Oh nein, sie ist gestorben. So viel zum Thema Dodo-Amee. Boah, ich muss auch immer so die Kisten packen, ey. Ich bin... Ich bin zu schwer. Da, da. So, von mir aus, komm mal los. Juhu. Hier, wo ich mir noch mal ein Trinkpäckchen auffüllen. Das Tetra packt noch mal. Ja, das mach ich auch noch mal. Ich hab ein Trinkpäckchen dabei, das sollte ich vielleicht auch machen, oder? Ja. Warte mal. Also an Heid solltest du dir jetzt ja eigentlich nicht mangeln, rein theoretisch. Vielleicht auch ein bisschen Fleisch. Also Fleisch haben wir noch genug eigentlich. Ja, ja, aber Braten noch mal. Ja, nimm einfach ein paar Bären. Also das geht auch mit Bären easy. Sammelst du ja gut schnell. Gut. Weil das muss ich irgendwann noch mal einstellen, dass das Craften schneller geht, weil dann müsste rein theoretisch auch das Fleisch schneller durch sein. Momentan dauert das ja noch mal relativ lange eigentlich. So. Können wir los, können wir los, können wir los. Nein, warte. Ich würde gerne los machen jetzt. Ja, ha, gleich. Die haben in die Kommentare geschrieben, wir müssen mal aus dem Arsch kommen, Kalipso. Ja, ich will noch warten, bis das Fleisch durchgebrutzelt ist. So, los. Lutz, Alter, dein nixchen Poken ist einfach mal größer. Also du siehst echt so Panne aus, Alter. Hahaha. Oh, schön. Nur weil ihr einfach ein Verständnis für Schönheit habt. Schönheit. 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 Ich bin die Schönheit. Ich bin ja der Prinzessin. Äh, hat der saß das Pfeilchen. Oh, schön, wenn 16 weg ist das Niveau gleich, ist das komplett nach oben. Mach dadurch das Feuer aus. Ja, ich bin ja der Prinzessin. Carly, du kannst auch Bären essen. Jetzt lass los machen hier. Ja, aber... Ständig auf die Frauen was. Ich hab auch nicht schlauze, ey. Na ja, gut, dann halt nicht. Los jetzt. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt kann er... Ja, los jetzt. Dann verdammt, dann los jetzt. Ja, los. Gehen wir mal schnell ein paar Bären sammeln hier oben. Los, jetzt hier, endlich. Ja. Das. So, und wir sollen jetzt erstmal probieren, irgendwie, dass jeder mal einen Raptor bekommt oder so, dass sie schnell unterwegs sind. Naja, das waren sonst halt in Richtung, äh, 35, 35 da, ne? Was ist denn da? Ist ein cooler Spot oder was? Das ist ein cooler Spot, ja. Das ist ein cooler Spot. Der Hot Spot. Was kann man da Schönes machen an dem coolen Spot? Haus bauen. Haus bauen. Haus bauen. Haus bauen. Haus bauen. Haus bauen. Prinzessin, 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 Schloss. Sie sind jetzt meine komischen Betäubungsfeinde. Hier sind wir. Äh, rein damit. Ja, toll. Die hab ich jetzt nicht. Ja, also wenn ein Raptor kommt, gib mir Bescheid, ich kann den betäuben und dann schnapp nur Aber dann wird auch treffen. Ich treffe immer. Aber guck mal, jetzt ist ein Kano. Wollen wir Kano betäuben? Echt jetzt? Wie viele Betäubungsfeinde brauche ich denn? Kano? Kano? Jo? Jo, Alter. Mach mal, ich halte mich zurück. Ja, viel Spaß, beamen. Oh mein Gott, es laggt. Schnell weg. Ja, wie muss ich denn den treffen? Bis er down ist. Also nicht down, aber... Oh, what the fuck? Au, 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 au. Jetzt geht mein Raptor drauf. Dumme Idee. Au. Shit. Ich hab Angst. Oh, Alter. Mein Raptor muss den in Ruhe lassen. Das ist, äh, das kannst du mal abschmatzen. Ja, 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 ja. Nein, dann pfeift dein Raptor. Oh. Oh, der Arm. Blablabla, blablabla. Ja, gut, dann, weiter. Lalalala. Ja, Mann. Ja, mach jetzt diesen neuen Blutspun. Ich muss ihn auf Passiv stellen. Ja. Ich komm mir grad nicht ran, hier. Wir haben's gleich, Leute, wir haben's gleich. Au! Das war ich. Und? Äh, passiv. So, und jetzt folg mir bitte. Kommst du jetzt mit, Bla? Bla, 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 bla. Schön. So, weißt du. Das hat ja super funktioniert. Ach, wollt ihr mich noch in den Tribe einladen? Seid ihr in den Tribe? Ja. Ja. Weil dann, äh... Wenn's sein muss. So, merci. Jetzt hab ich noch 12 Betäubungsweide. Ne, gut, wir konzentrieren uns lieber auf Raptoren, würd ich vorschlagen. Ja. Und 35, 35. Ja. 35, 35. Ja, warte, dann mach ich mir mal eben noch einen Wegpunkt. P. Äh, wo ist die? Ach da. 35. 35. So. Das ist halt genau da, wo diese zwei, ähm, wo der Fluss zwischen diesen zwei kleinen Bergen durchgeht. Prinzessin. Prinzessin ins Schloss. Prinzessin ins Schloss. Egal, ich lasse so. Prinzessin ins... Okay, da müssen wir hin, alles klar, sehr gut. Piui. Da vorne ist ein, äh, Dillo. Wo? Ein Dildo? Dildo. Wo ist der Dildo? Welche Farbe? Vorne. Wo? Gibt's den denn betäubt? Ja, aber einfach mit der Faust drauf, Alter. Alter, das geht hier... Ach, nein, nicht, obwohl, nee, komm. Ich will das riesen Quills nicht eingehen. Er macht mir die ganze Zeit die coolen Sound-Effekte. Du. Juh! Inventory. Naja, ich bin dabei, bin dabei. Ach so. Ich will. Hab schon. Zu spät. Mein auch. Friss. 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 Wir haben nämlich eingestellt, dass die Viecher doppelt so schnell Hunger bekommen. What the fuck? Das ging schnell. Okay, die Narcobären haben sich gar nicht gelohnt. Das Problem war nämlich in der letzten Session, das habt ihr nicht so mitbekommen, weil ich geschickte Katz-Gesetz habe. Aber da haben wir dummerweise eingestellt, dass die Viecher keinen Hunger bekommen, weil wir dachten, oh, ist cool, da müssen wir die nicht so auch füttern. Beim Tame ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn die keinen Hunger kriegen. Also, darum hat das Tame dann sehr lang gedauert, weil es Tame, wenn die essen, ging es schnell, aber die haben halt nie gegessen. Jo. So, äh, Bla, komm mal mit. Warum kommt mein Dildo nicht mit? Wer macht der ständig... Oh, what the fuck, what the fuck. Oh, 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 oh. Aua, aua, aua. Was ist denn jetzt los? Oh nein, nicht diese Kackdiecher. Sie diese Scheißviecher, wo sind die, wo sind die? Wo ist mein Raptor? Weiß ich nicht, der Bla, Bla steht im Bauch. Den hast du auf Passiv, oder? Bla, Bla, Bla. Der steht da hinten. Der steht doch da hinten. Ich hab den da abgestellt. So, jetzt. What the fuck? Macht der... Ich seh die Viecher nicht, da. Hier, nimm das, du Bitch. Ja, ich mein einfach aggressiv, mal gucken, was passiert. Oh, tschuldigung, warte. Oh, ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ich hab mal aggressiv gestellt. Jetzt eskaliert doch. Oh, jetzt, das ist, oh nein. Klar. Bla, 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 bla. Das Kacki, das Kacki, das Kacki, das Kacki, das Kacki. Ich hab ich, vorhin nach der Mitte der Insel, hab ich den lieben lassen. Also hab ich den verloren, Kacki, da ist Kacki wieder da. Schön. Auch gut. Ja, dein, äh, den eskaliert ja gerade. Oh. Den soll ich mal nicht auf Aggro stellen, sondern vielleicht auf, ähm, auf Magral. Jojo, ich, äh, mach das gleich. Es ist, es artet hier gerade. Aber ich hab gehört, wir brauchen noch Fleisch. Ja, nur, äh, ich hätt mein Milo gerade hinter dem, äh, hinter deinem Aggro. Ja, der ist aber gut schnell. Hey, was macht der denn? Der rastet richtig aus. Der ist gerade ein bisschen am eskalieren. Moment, klar. Was macht der denn? Der, der metzelt hier alles weg. Komm auf mir, freigetreten. Der rautet hier sämtliches Leben aus. So sind die Dinos ausgestorben. Weil, klar, klar hat die Kontrolle gekauft. Das ist, glaub ich auch. Alles cool? Also ich hör schon wieder diese scheiß Bienen, ey. Wer macht hier die ganze Zeit ... Oh, ich bin durch die Dinosaurier. Oh, ich bin durch die Dinosaurier. Das bist du, glaub ich, weil wir waren. Wir sind alle, ja, das sind wir alle. Ach so, ich denke die ganze Zeit, jemand von euch mal Soundeffekte oder so. Soll ich schon sagen. Weil wir das überstehen. Weil wir, weil wir geht schnell rennen, so. Ja, genau. Oder wie ich an dem Baum vorbehebe. Warte mal an dem Baum so. Ja, wir müssen uns ja beschäftigen, dass wir bei 35, 35 sind. Bei Prinzessin, ne? Prinzessin, ne? Prinzessin. Ich weiß nicht, ob wir wirklich der flotte Dreier sind. Vielleicht sind wir auch ein bisschen der eingeschränkte Dreier. Ich meine, so irgendwas. Ja, die ... Hat jemand von euch mal einen Raptor gesehen oder so? Ich wollte gerade sagen, wo ist ein Blah hin? Nee, du warst den, glaub ich, nicht auf ... Following. Ja, Folge. Ach so, nee. Klar. Nee, oder? Ja, guck mal, hier ist ein Bildung. Ja. Dann schnappen wir uns mal eben. Ja, hau mal rein. Oh nein, es wird's nebelig. Ich such mal Blah. Komm her. Ich such mal Blah. Blau. Jo, such mal. Da hinten ist er. Blah, komm. Okay. Aber bleib bitte stehen, nicht, dass wir uns jetzt hier verlieren. Und Kaki, die steht hier auch noch. Na toll. Ich mach mal Following me. Enable Following. Ich seh total noch diesen Sound-Effekt. Und so, vielleicht. So, jetzt kommt mal bitte mit ihr Hübschen. Na, 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 na. Na, 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 na. Bei den Trikes vorbei. Oh, nee, jetzt auch. Das teint noch ganz schön lange. Jetzt wird's noch voll nebelig. Nein. Ja. Jetzt hab ich euch ... Hallo. Halt, stopp, Kalli, stopp. Stopp. Ah, da, 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 hab euch. Kakulu. Oh, ihr habt auch Herzchen. Ich seh die Herzchen. Ist das ein Mensch oder ein Weibchen? So, hier, Beam. Hab deinen. Jetzt Kakulu. Äh, wo ist Kacki Li? Die Namen werden nicht besser, nee. Kakili rennt nicht so schnell. Kakili hat kurze Beine. Ja, Kakili hat auch einfach mal eine halbe Stunde gebraucht, um wieder anzutreten. Aber ich bin ja irgendwie ein bisschen stolz, wie, wie treu Kakili ist. Finde ich gut. Ja. Hallo, wo ist er denn jetzt hin? Och Gottchen. So, Leute. Weiter geht. Ach, ich komm mal hier an. Der kommt bestimmt irgendwann hinterher. Auf einmal steht er bei uns an der Base, so. So, weiter, weiter, weiter. Ah, Kakili ist bestimmt schon da. Ja. Ist schon bei 35. Ah, Kakili wartet am Punkt. Der kann mittlerweile fliegen. Baut schon mal los. Der sammelt schon mal Ressourcen. Das wär aber witzig, oder? Wenn Kakili jetzt ein Jutes Schloss schon bauen würde. Das wär witzig. So, wär ich ganz schön überrascht, muss ich sagen. Also ich bin schon wieder Dehydride, ich sollte vielleicht schon rennen.